Hallihallo, ich brauche deine Hilfe für meine Arbeit im Internet und das heißt, auf allen meinen Kanälen mich zu besuchen, im Facebook unter Fahrradiego, kannst du dich Like geben, dann in Twitter, dann kannst du die Nachrichten auch bekommen. In YouTube findest du mich auch unter Diego Elola. Da habe ich viele, viele Videos, wo ich meine tägliche Arbeit auch zeige. Ich bin kein Muttersprachler, deshalb die Verkündigung des Evangeliums auf Deutsch für mich eine große Aufgabe und Herausforderung ist. Findest du mich auch in Instagram und da sind meine ganzen Kanälen. Ich hoffe, kommst du bald vorbei. Gottes Segen und bis bald.